GameKeys und GameCards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Gut gestärkt geht es weiter in Worms WMD. Bereit? Ja, Gerd? Ich klicke auf Bereit und irgendwie passiert da nichts. Guck mal, da bin ich, der Wurm mit der Wurst auf dem Kopf. Du hast gesagt, da bin ich und ich wusste sofort, welchen Wurm du meinst. Sollte dir dazu denken gehen. Ich habe gedacht, ich sage es lieber selber, bevor irgendjemand anderes es sagt. Ja, wow. Die Würmer stehen ja alle gut. Ja, danke schön. Bitte. First Blood. Ja, wow. Jetzt weiß ich, was Freiheit bedeutet. Nein, Befreiung. Er ist dran. Ich habe dich gerade von allen Lasten eines Wurmlebens befreit. Bisschen dankbar, bitte. Kannst du mir auch von anderen Lasten befreien, wenn ich dir eine Liste schicke? Ja, von dem Geld auf deinem Konto. Du hast keine Last. Wie? Oh, Gerd. Bisschen kurz. Aua. Toll. Da unten, da braucht jetzt jeder eine Kiste. Nee. Nee, da geht es nicht dahinter. Das ist aber nicht nett. Das ist mir egal. Komm mal wieder runter. Ach Gott. Da oben. Ach, dann springt er halt nicht hoch. Ohne Fritte. Da unten steht schon wieder so ein blöder Flammenwerfer. Ja, der total hilfreich ist. Ich frag mich ja, was passiert, wenn du den bei vollem Gegenwind einsetzt. Gerd, du bist dran. So, okay. Äh, wo bin ich denn? Das wäre auch meine Frage gewesen. Ach da oben. Oh, das sieht schwer nach Baseball aus. Ach da. Sieht's gar nicht. Ich flieg da links eh nicht drüber, das reicht nicht. Du bist aber erstmal weg hier. Toll. Was soll ich jetzt da holen? Guck mal Nick, wie nah du am Flammenwerfer bist. Ja, super. Kann ich dir da oben den Arsch heiß machen. Was ist denn das jetzt schon wieder? Was sind Schergen? Äh. Woher hast du so ein Crab? Habe ich gebaut, von der alten Dame. Alter. Der eine kämpft ein bisschen mit dem Heli, der kommt ja nicht so ganz drauf. Tja. Die waren jetzt irgendwie, äh, nett anzusehen, aber effektiv ist anders. Krass. Toll. Super. Klar, Gerd kriegt wieder ein Panzer hingestellt. Mhm. Oh, das ging schnell. Aua. Ah, Gerd bastelt auch fleißig, wie ich sehe. Was bastelt ihr denn da alle für'n Scheiß? Ich verlege erstmal ein paar Sachen, die ich nicht brauche. Kenne ich, mache ja auch immer. Ach. Oh. Oh. Schaate. Ehm. Nee, da oben stehst du gut. Super. Ja, finde ich auch. Hm. Oh, war das eine Giftrakete? Nein, nur normal. Das sah so krummig aus. Also Nick, ich wäre ja gern geblieben. Ja, dann bleib doch einfach hier. Wieso nicht? Schade. Wäre lustig gewesen. Nee. Was war das denn? Der Betonesel, der gleich von der Decke fällt. Klang sehr authentisch. Ja, ne? Nein, noch nicht so weit. Alter, spinnst du? Wirst doch mal nicht so kräftig. Oder wo? Ja, cool. Hm. Ach, verdammt. Das ist das. Boah. Okay, das hat besser geklappt wie gedacht. Cluster oder was? Das war eine Cluster, ja. Ich wollte eigentlich nur die Geste zerstören. Ja. Das hatte viel Schönes. Da für eine Lenkrakete. Da für eine Lenkrakete. Ja, Moment. Lenkcluster. Korrekt. Die Cluster hat aber gar nichts gebracht. Nee. Nee. Manche Dinger sind einfach voll überflüssig. Nö. Da kommt doch Gott sei Dank nicht so einfach ran. So, ach er ist dran. Mhm. Das geht doch wieder in die Hause. Finde ich nicht. Hm. Ich bin bereit. Das wird so machen. Glückwunsch zum Teleporter Wo bist du hin? Ne, schießt er auf Ok Schade Probier das mal Was sammelt der mit dem Drecksschaf die Tiste ein? Ist es denn wahr? Komm, das war nice oder nicht? Ich will den jetzt mal ausprobieren So Ich glaube, ich finde das nicht gut, dass du da oben an dem Geschütz sitzt Oh, willst du mich jetzt trollen, oder was? Hehehehehe Meine Fresse, ey Ist das ein Rotzspiel Ach man, ist doch alles für'n Arsch Boah 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 Der war gut Was gibt's da? Ah Der hatte was, ja Der hatte was, ja Ich dachte, hier gäbe es Gerds Kamera als Item Was passiert da denn jetzt? Der war in der Kiste Was? Naja Naja, dann ist wenigstens das Geschütz da oben weg Ähm Ne, ist klar Weil die Würmer sind jetzt rot Was heißt denn das? Verbrannt wahrscheinlich Ah Bisschen, ja Oh Cool Aber mein Sechser steht da noch Okay, vergiss das Hahaha Der Heli hat's dann irgendwie Ja, du musst halt mit diesen beweglichen Strahlen, die da drin sind, da ist die Breite und die Ja Da ist irgendwas noch mit So, es wär jetzt cool, wenn ich den nicht verfehlen würde 3, 2, 1 Boom Yes Gucken, was der macht Ja, okay Mühe mehr Schaden Hm 60, aber immerhin 60 Schaden oder so Ja, aber Dafür, dass ein Geladener war Muss ja erst mal bauen, das Ding Gerd Ja Lass das doch mal sein Warum? Ja, weiß ich nicht, darum Ich würde so gern Ich wollte das hier ich würde so gern haben Oh Es ist nicht Es ist nicht Mensch Ich würde so gern es dass das Ich hoffe, dass du rumst Oh haha Haha Ja und noch dran. Right. Okay. Dass du so weit fliegst, hätte ich nicht gedacht. Müsst ihr eine Angst vor mir haben? Dass ihr mich hier als erstes eliminiert. Was müsst ihr Angst haben? Ja, bei ihr erst vor mir heute. Du gewinnst viel zu oft. Das ist gar nicht wahr. Ich habe heute noch gar nicht gewohnt. Ist ein Problem, aber nicht unseres. Ja. Überzeugt mich jetzt irgendwie nicht das Argument. Mist. Ach, halt. Naja, okay. Kann die Kamera mitgehen? Danke. Das ist so ein Bullshit. Aber es reicht trotzdem, wenn die jetzt hoch geht zumindest. Ach, fick dich doch einfach. Das ist nicht wahr. Meine Fresse, ey. Was ist das für ein Scheißtag? Hm. Gar nichts. Gar nichts funktioniert. Es kann doch nicht wahr sein. Allein schon, dass die jedes Mal nach hinten fliegen, wenn ich die mit dem Baseballschläger haue. Acht. Habt ihr den Huskies reist. Das wird uns helfen, den Tundra zu retten. Ja. Kommt wieder ein Noob Battle, eine halbe Stunde? Oh, ne war okay. Stirb. Ja. Mit einem Scheißpanzer. Das habe ich nicht überlebt. Ich würde mich schwer wundern. Drei Bananen drin eingeschlagen. Wenn du das überlebt hättest, wäre ich gegangen. Ach komm. Ne, ich finde schon da oben an dem kaputten Heli stehst du ganz gut. Das ist sehr nebisch müde. Ja, aber der Fall ist müde. Wobei, es ist der dran von dem ich will, dass er dran ist. Erst mal Treffen. Ja, da ist noch so ein Ding in der Mitte, ich befürchte, der schlimm ist. Vor allem, weil es noch genau in der Schussbahn hängt. Mehr oder weniger zumindest. Okay. Nein. Cool, 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 cool. 21 Minuten. Wow. Was für eine Folgenlänge. Das ging schnell. Wir haben ja auch Granatengert zuerst ausgerottet, der hier mal Zeit schindet. Ja, echt mal. Da baw 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 baw. Bis zum nächsten Mal. Tاج? Rio ist gierig, wie fast. Tschüss.